So, herzlich willkommen meine Krieger und Krieren zurück zu Penumbra Black Plug. Wir müssen hier einen Notfall auslösen, vermutlich mit dieser Elektrizität. So, was ist da drin? Ich weiß nicht, vielleicht irgendeine Flüssigkeit. Nein. Probieren wir es mal. Die Tür öffnet sich, wenn irgendein Alarm ausgelöst wird. Wir haben eine Spritze, wir haben Alkohol, wir haben... Soda Can, okay, warte. Okay. Nope. Okay, das wird sich auch nicht mehr öffnen. Das heißt, es wird irgendwo hier eine Lösung geben für den ganzen Booms. A barrel from smell of it that says a crap inside. Oh, mit Benzin. Das kann nur schief gehen. Auf geht's. Wo ist der, wo ist der Feuermelder? Bye-bye. Was? Sehr schön. Ah. Tasty Flakes. Tasty Flakes. Ja, gut. Da ist eine Tür, die ist verschlossen, okay. Gut, bisher war noch... Bisher gab es noch kein Rätsel, was wir nicht gelöst hätten, dass das Safe was versteckt hätte, oder? Ne, doch nicht. Okay. Road open. No visible lock. Access is probably controlled elsewhere. Okay. Fall in. The kitchen. Leaps. Schleichen wir grad? Oh. Ernsthaft. So. Batteries. Die bringen natürlich unglaublich viel, wenn man keine Taschenlampe hat. It's a broken fridge. Scheißen Dreck. Filthy with grease from years abuse. Okay. Ich glaube, ich würde das... Wenn ich da drin gefangen wäre, würde ich das den ganzen Tag machen. Sag ich euch, wie es ist. Flakes. Sonst leider nicht. Strange artifact. I'm not sure what it is. Some kind of weird statue. It almost looks like a collector's item. Okay, es hat auch das Geräusch gemacht, als wäre es ein collector's item, oder? Kann gut sein. Vielleicht hat es gar keine Bedeutung. Documents and articles mostly to do with Asian languages and translation. Okay. Oh ja, da wird ja sicher irgendwas gehen. Oh, da können wir vielleicht die CD einsetzen. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, aber es stinkt wie Scheiße. Hm. How it's research. Okay, meine Recherchen haben etwas entdeckt. Etwas faszinierendes. Okay, ich habe immer wieder den Aufseher Frisk gesagt, dass ich Zeit brauche, um eine volle Textanalyse durchzuführen, bevor meine Übersetzung komplett sein kann. Er ging trotzdem mit der Erkundung, er führte die Untersuchung trotzdem weiter durch. Und jetzt hat er den Preis dafür bezahlt. Okay, die, der Sicherheitslevel dieser Fabrik ist hoch genug. No trace of it exists beyond the conference of this world. Das, nichts, nicht, also es gibt keine Spuren davon außerhalb dieser Wände. Nicht mal das Archaic Central Case hat den Ort hier lokalisiert. Fakt ist, dass der einzige Link, der zu diesem Ort führt, sind die Notizen, die ich hinterlassen habe vor einigen Jahren. Wie auch immer, seit der Virus ausgebrochen ist, vor über einem Jahr, wurden keine Hilfsmaßnahmen durchgeführt. Nicht eine Person hat versucht, in die Fabrik einzudringen. Direkt bevor der Virus aufgetaucht ist, habe ich eine Message an jemanden gesendet, nach draußen gesendet, dem ich vertraue. Ich kann nur davon ausgehen, dass mein Sohn Philipp diese Nachricht erhalten hat und das getan hat, worum ich bat. Egal, was hier unten passiert. Egal, was hier unten passiert. Ich kann, ich kann davon ausgehen, dass niemand außerhalb von diesem Ort erfahren wird, dass diese Geheimnisse hier begraben bleiben. Gut, dass du eine Nachricht an mich geschickt hast und ich jetzt hier in der Scheiße hocke. Ich habe über die Jahre gelernt, nicht zu viel, nicht zu viel auf irgendwas zu geben, was jemand entdeckt. Aber die Informationen, die jetzt in den Händen haltest, nicht nur zu unserem Überleben, sondern für die Zukunft unserer Spezies. Okay, zuerst am Morgen habe ich eine Gruppe von Freiwilligen ausverkoren, die in das infizierte Gebiet vom Shelter gehen sollen. Keiner wird kommen, aber ich wollte alle fragen. Ich habe mich Richtung Bibliotheks-Research-Station zuerst aufgemacht. Dann sind es alle unbekannte Variablen. Denn es sind lauter unbekannte Variablen. Danach werde ich all mein Glauben in diese Entdeckung setzen. Wenn ich falsch liege, was das angeht, werde ich es möglicherweise gerade so durch die Residential schaffen, was auch immer das ist. Wenn ich darüber nachdenke, meine Familie für diesen Ort, für diese Organisation zurückgelassen zu haben, was ist schrecklicher? Dass ich etwas so Hilfloses geopfert habe. Oder sowas Schönes. Sowas Schönes. Oder dass ich es nicht für eine Sekunde bereue. Howard Lafresque, Chief Translator. Ich kopiere die Konten der Noten in meinem Notebook. Ich brauche ein Passwort. Beep, 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 beep. Erstmal speichern, Freunde. Ich habe das Gefühl, dass ich noch etwas mehr zu beschäftigen habe. Okay. A Timeline of Events. Ich kopiere die Texte auf der Schrein in meinem Notebook. To-to-List. Notes. Das ist Howard's Research. Das ist Timeline. 9.10. Nordwestern. Lied Mine Open. 1930, University of Copenhagen. Research suggests high school local suicide rates may be due to chemical disappoints in the mine. Okay. 1939, der Zweite Weltkrieg bricht auf. 1939, 1. Dezember. Ein Teil der Hauptmine wurden in einem britischen Kommandobunker umgebaut. 1945, der Zweite Weltkrieg endet. Am 15. August, also einen Tag später, einem Officer Report zufolge, wurde ein uraltes Artefakt gefunden bei einer Routineuntersuchung. 1952, Nordwestern, Leed Mine Shutdown. Okay. Die Leed Mine wurde wieder geschlossen. 1952. 42 Jahre später. Zwei Jahre später. Zwei Jahre später. New Leed and Iron Operations opened on the site of the old mine. Okay. 1969, malformed local fauna prompt assignment of Dr. J. Peters to the iron mine. 1970, Dr. Peters discovered abnormally large species of grey rockworm. Ah, ja. Den haben wir, dem sind wir ja begegnet. Diesem grauen Steinwurm. 21. August, 1970. A sign in involving large scale deaths causes entire mining operation to be shut down. Many bodies are never recovered. Okay. Ein Unfall, der die ganze Mine betraf, hat zur Schließung der Mine geführt und viele Körper sind nie gefunden worden. 1973, Achaik becomes aware of events in Greenland. Okay. Achaik. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Könnte eine Operation sein. 1973, construction begins on shelter research station on site of abandoned northwestern iron mine. 1975, shelter construction complete. Key members include overseer Brent Stafferson, chemist Troy Rentonersk, and translator Howard Lafresque. Okay. 1945 sind sie also wieder da reingegangen. Also sie haben ein Team zusammengestellt. 1990, shelter operations expand to secondary excavation sites, including site B water cave. Okay. 15 Jahre später sind sie auf Seite B, also die Wasserhöhlen, sind sie dann vorgedrungen. 12. September 1991, Troy Rentonersk replaced Neil Oswald as attending chemist at site B. Okay. Also gleich mal der Troy Rentonersk wurde gleich mal ersetzt durch Neil Oswald. 1992, Substanz 63 und Artefakt 66B discovered at site B. Okay. 1992, site B closed to hostile local fauna. Okay. Okay. 3. März 2000, wieder acht Jahre später. Primary excavation uncovered. Turngate tomb. Excavation continued despite protests from Howard Lafresque. Okay. Die Untersuchungen in diesem Grab, tomb, wurden fortgesetzt, obwohl sich Howard Lafresque, ähm, obwohl der protestiert hat. 27. April 2000, Investigation of Turngate tomb scheduled by Chief Overseer Wilbur Frask. Okay. Ihr habt hier wieder Scheiße gebaut, Freunde, wa? Okay, jetzt pass auf, jetzt will ich da die CD. Okay. Ja. Jetzt wirst du weiter funktionieren. Die Archaik, Flecken hat sich um die Archaik in der Prozesse zu eigener Wunde verdammt. Ja? Not für die gesamten Lehrerin, weiß noch nicht. Erste ist ein Begründer. Das ist ein Aktivier. Fertig. Fertig. Mhm. Maybe. The following password changes have been made since the printing of your personal guide 1167. Das brauchen wir. 1167. Oh Gott. Hast du das auch? Ins Notebook? Wunderbar. Lot to read, Freunde. Das sind die Password Changes. As always. Ja, genau. Notes. Okay. Schaff ich das noch? Okay. 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 Willkommen zur Shelter Untersuchungsstation Grönland. Installation. Built in the 70s. And for the purpose of the archaic... In their pursuit and defense and ancient knowledge. Okay. Also das ist einfach ein Ort, der von der archaic elevated Caste gebaut wurde in den 70ern. Ähm. Um... Wissen zu sammeln. Und zu verteidigen über die Vergangenheit. Ähm. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful. Okay. Als neues Mitglied dieser... ähm... Firma sollten sie einige Basisregeln kennenlernen und auch... Ähm... Ja. Um unnützlich zu sein für die... für die archaic Group. Shadow provides living... Das ist ja das, was die gerade gesagt haben. Das ist genau das, was sie gerade gesagt haben. Ja, 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 ja. Das brauchen wir gar nicht nochmal lesen. Cool. Okay. So. Jetzt... Moment. Ähm. Erstmal speichern. Immer speichern. Alles speichern. So oft wir speichern können, werden wir speichern. So. Jetzt. Ähm. Gehst du auf? It's jammed. Ach ja. Da wollte ich ja öffnen. Gut, dass das Benzin nicht explodiert ist, Freunde. Ne. 1167. Cool. Danke dir. Oh, sowas liebe ich. Absolut. Ich finde es großartig. Solche... Solche... Das ist ja kein Rätsel wirklich. Aber ich finde es witzig. Okay, cool. Jetzt müsste die Tür offen sein. Okay. Moin. Oh, Freund. Es ist nicht euer Ernst, dass ich da runter soll. Okay. Natürlich klettere ich da runter. Oh, Jesus. Das ist sehr behelfsmäßig gemacht. Das Passage caved in... In a long way. Ja, ja, ja. Aber das wurde auch zugemacht. Das wurde offensichtlich zugemacht. I'm not going in there without a more reliable source of light. Fair. Anscheinend habe ich irgendwo die Taschenlampe vergessen. Aber wo? Gut, Freund. Ich würde mich auf jeden Fall für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Zu... Penumbra Black Black. Haut rein. Euer Oni Let's Play. Ciao, ciao.